Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Taro. Mein Name ist Alena. Heute möchte ich gerne mit dir die Monatslegung für den Monat Dezember, Sternzeichen Wassermann, mit dir teilen und wie gewohnterweise mit auf den Weg geben. Wassermann, ich kann dir sagen, erstmal herzlichen Dank, dass du dabei bist. Bist du Wassermann? Fragst du um eine Person, die Wassermann ist? Herzlich willkommen, okay? Es wird ein sehr spannender Monat. Denkt dran, Leute, interaktive Videos passen nicht zu 1000% auf alle zu, okay? Dafür habt ihr, ich sage es anfänglich schon mal, wie gewohnterweise die Möglichkeit, mich per WhatsApp anzuschreiben und wir buchen eine private Legung, okay, oder eine zielorientierte Therapie, die dir auf jeden Fall nähere Informationen über deine aktuelle Situation geben wird. So, wir fangen mal an Wassermann. Die Anfangsenergie Wassermann wird sein, es geht hier um Gerichtsurteile, es geht hier um Unterhalt, es geht hier um legale Dokumente. Es geht hier für einige Wassermänner von euch, ja, um etwas, was du von Gerechtigkeit der tierinalen Ebene und Gerechtigkeit der göttlichen Ebene beantragst. Man hat dir sehr viel Leid zugetragen, man hat dir sehr viel Ungerechtigkeiten zugetragen, ja? Und du bist jetzt gerade in einem emotionalen Kampf, ich mag dieses Wort nicht, aber hier bei Wassermann sehen wir ganz viele Schwerter, ja? Und das sind die Kämpfe, die Ausfechtungen, die Austragungen, die Probleme, diese rationale, mentale Seite, diese Abhängigkeiten, diese Wut, diese Enttäuschungen. Und im Monat Dezember haben viele Wassermänner von euch die Möglichkeiten, egal was ihr mit Dokumenten, Unterlagen, gerichtliche Papiere, was auch immer am Start habt, was ihr einklagt, ja? Wo ihr wisst, es ist rechtens, dass ihr das bekommt, dieses Recht, wird sich im Monat Dezember trotz einiger Hindernisse, trotz einiger Blockaden zu eurem Gunsten entwickeln. Entweder bekommst du im Monat Dezember schon das Recht zugesprochen oder du wirst im Monat Dezember eine Entwicklung sehen, wo du natürlich auch dahinter stehen musst, dass alle Papiere ordentlich sind, dass auch wirklich das, was dir zuteil werden soll, auch wirklich passiert, okay? Also wir haben hier schon wirklich die Möglichkeit, dass hier viele Sachen geklärt werden im Thema Unterlagen, Papiere, Dokumente, Sparverträgen, was auch immer, was du einforderst, okay? Gehörst du jetzt zu diesen Wassermännern, die mit Gerichten nichts zu tun haben, ist es der innere Schrei, deine Intuition, der geistigen Welt zu sagen, es ist wichtig, deine Blockaden zu lösen, es ist wichtig, aus dieser emotionalen Gefangenschaft rauszukommen, es ist wichtig, aus der Depression rauszukommen, es ist wichtig, dein Gefühlsleben nach außen zu tragen, dich zu befreien, dich zu lösen, eine interne und eine externe Reise zu machen. Intern heißt, die Veränderungen anzunehmen, die Befreiung anzunehmen, an sich zu arbeiten, sich zu lösen von Sachen, die dir heute nicht mehr gut tun, okay? Externe Reise bedeutet, Wassermann, dass einige von euch durch dieses Gerichtsurteil oder durch dieses, was du beantragt hast, ja, die Möglichkeit haben, ihre Finanzen zu stabilisieren und dann auch länderabhängig eine Reise machen zu dürfen, okay? Ganz wichtig, aber das Wichtigste ist, wir haben hier natürlich auch Schwangerschaften, Leute, die will ich nicht außer Acht lassen, ja, ungewollte Schwangerschaften, Schwangerschaften aus Dreiecksbeziehungen, Schwangerschaften aus normalen Beziehungen, Schwangerschaften aus Affären, Holzauge sehr wachsam. Du hast aber die Möglichkeit, auf deinen Thron zurückzukommen, mit der nötigen Kraftaufwendung, mit dem nötigen Selbstvertrauen, mit der nötigen Bereitschaft, rationale, mentale Seite loszulassen und mehr in die Empathie, in die Liebe, in das Vertrauen zu gehen. Schaut mal, noch klarer geht's nicht mehr. Das ist unser Ego oder euer Ego, die kalte Seite, die mentale Seite und das ist eure Intuition, eure Liebe, euer Herz. Schaut mal, wir haben hier so einen kleinen Machtkampf für viele, deutlicher geht's gar nicht mehr. Entscheidet euch für das, was euch besser tut. Ich würde mich entscheiden für die Liebe, für das Herz, für die Empathie, für die Wahrheit, für die Freiheit. Damit dieser ganze Schmerz hier, schaut mal, Leute, ja, es gibt viele von euch, die in der Vergangenheit schon sehr viel Schmerzen erlitten haben, die sehr viel Schmerz auf der Seele haben, wo ihr euch im Monat Dezember wirklich von lösen könnt. Leute, das ist ganz wichtig, ja, vertraut auf eure Intuition, vertraut auf die geistige Welt, aber in erster Linie vertraut auf euch, okay? Bringt euch wieder im Einklang, Leute, seht den Samen jetzt für eine gute Zukunft. Arbeitet nicht nur an euch, sondern lasst auch zu, dass andere Menschen euch die Hilfe geben, die euch nötig ist, ja, oder wichtig ist, weil ihr habt die Möglichkeit, euch zu befreien, neu zu lieben, die Liebe neu zu entdecken, zu euch, zu der Welt, zu den Kindern, zu allem, was ihr möchtet. Wassermann, passe es an. Die Hauptenergie ist wirklich, ja, Konflikte, Befreiung, Geheimnisse werden sich lüften, okay, Gefühle, die man verborgen hat, werden sich wirklich mit Worten finden und äußern. Verluste, ja, die man erlippen hat, werden verarbeitet. Andere Menschen, habt ihr Angst vor Verlusten? Andere von euch, ähm, seid ihr in einem Entwicklungsprozess, wo ihr gar nicht wisst, ob ihr Fisch oder Fleisch seid? Wir haben alles dabei, Leute. Es kommt Bewegung rein, ja? Ihr werdet Situationen haben, wo ihr ausdauernd sein müsst, wo ihr an euch arbeiten dürft, wo ihr die Sorgen, die ihr habt, nochmal überdenken dürft, okay? Wo es wichtig ist, immer den Punkt zu finden, an dem du gerade stehst, Wassermann, und zu wissen, hier fühle ich mich wohl. In deiner Mitte, damit du hier nicht nur in der Liebe, sondern generell im Monat Dezember, dem Monat so gut wie geht, glücklich und ruhig wirklich leben kannst. Das ist ganz wichtig, Leute, unterschätzt das mal nicht, ja? Wir haben hier sehr viele Abhängigkeiten. Wir haben hier Menschen, die eine klarere Vision brauchen. Wir haben hier Energien von euch, die sehr obsessiv sind, ja? Wichtig ist, der Monat Dezember ist für Wassermann, der Monat in die Klarheit zu kommen, in die emotionale Befreiung, in den Selbstwert, in die Selbstliebe, ja? Sich selber erstmal neu zu formen und zu erkennen. Leute, die Befreiung, das ist wichtig. Wir haben hier viele Energien von euch, Wassermann, die mit emotionalen Konflikten zu tun haben. Passt es auf Geschlecht, Glaubensrichtung, Situation an? Geht in die Leichtigkeit, kommt auf euren Thron zurück. Ihr habt die Möglichkeit, euren Thron, euren Stellenwert so hoch zu schrauben, wie ihr es euch gar nicht für möglich gehalten hättet, ja? Also, Finanzen sind ein bisschen schwammig für die einen oder anderen, gibt nicht so viel Geld aus, okay? Wenn ihr dieses Gerichtsurteil, diese Geldnachzahlung, dieses, was du einforderst, bekommst, kannst du dir einen Urlaub sogar leisten, du kannst es sparen. Also, hast du jetzt im Monat Dezember nicht die Kohle gerade im Überschuss, Haushalte ein bisschen gut, okay? Damit der kommende Monat besser wird, aber für die einen oder anderen habe ich hier eine Geldeinnahmequelle, mit der du nicht gerechnet hast, die du eingefordert hast. Und für andere habe ich halt hier einfach nur ein bisschen achtsam zu sein, aber ihr werdet auf jeden Fall euch eine Kleinigkeit leisten können. Gerade der Monat Dezember, wo Weihnachten noch kommt. Die Familie, die Zusammenführung, die Harmonie, die Stabilität, das Wohlwollen, das ist dein Monat, okay? Ordne dich wirklich in Gefühlsebenen. Wassermann, das ist ganz wichtig, ja? Du sehnst dich nach Stabilität, du sehnst dich nach Liebe, du sehnst dich nach der Familie, du sehnst dich einfach mal aus diesen Ketten rauszukommen. Ordne dich. Der Dezember bietet dir alle Möglichkeiten, Wassermann dich komplett zu ordnen. Ja, auch wenn die Finanzen für den einen oder anderen ein bisschen schwammig sind. Leute, es ist nicht schlimm, der Januar wird schon ein geiler Monat für viele Sternzeichen. Es steht und fällt, wie du im Dezember wirklich den Samen siehst, okay? Wie du an dir arbeitest, wie du mit Konflikten umgehst, wie du mit Obsessionen umgehst, wie du mit vielleicht der Eigenwahrnehmung umgehst, ja? Wie du mit deiner Projektion umgehst. Also es steht und fällt alles, wie du dich selber siehst und wie du dich selber wirklich präsentierst, okay? Wir haben auf der Arbeit natürlich auch wieder mal ein paar Kündigungen, okay? Gerade vor Weihnachten werden manche Leute schon mal gekündigt. Ihr habt hier ein paar Konflikte. Es gibt hier Leute, die auf der Arbeit hinter deinem Rücken reden. Es gibt Menschen, die dich wirklich zu Fall bringen möchten. Menschen, die hier eine Dreiecksbeziehung haben auf der Arbeit, die an die Luft kommt. Okay, wir haben hier Verträge, die nicht zustande kommen. Wir haben hier einige von euch, die wirklich sehr gefangen sind in dem Job und zerrissen sind und nicht wissen, was sie machen sollen. Wir haben hier Menschen, die keinen Job haben, die im Monat Dezember zwar ein Vorstellungsgespräch haben können, aber es wird sich noch keine feste neue Arbeit stabilisieren, okay? Vorstellungsgespräch, ja, aber im Thema Arbeit solltet ihr alle ein bisschen achtsam sein, ja? Geht die Sachen mit Leichtigkeit an. Wenn du merkst, dass irgendwas nicht stimmig ist, spreche diejenigen an. Wenn du merkst, dass du nicht mehr glücklich bist, überfrage oder hinterfrage dich, warum bin ich jetzt gerade nicht mehr zufrieden auf der Arbeit? Was ist das Problem? Was kann ich dafür tun, um aus diesem Loch rauszukommen, okay? Wir haben hier viele Entscheidungskräfte von Wassermännern im Monat Dezember, wo es hier wirklich geht, ist es noch der richtige Job oder nicht? Auf der anderen Seite ist es total schön zu sehen, dass viele Wassermänner von euch aus diesem Problem rauskommen. Wieder mehr Freude haben auf der Arbeit, mehr in die Kommunikation gehen, ja? Mehr den Kontakt zu den Kollegen suchen und einfach versuchen, mehr Stimmung, mehr Stabilität in die Arbeit zu bringen. Das ist ganz toll, also wir haben hier sowohl als auch. Leute, für mich ist wichtig die Gesundheit. Wassermann, Achtung, ja? Wir haben hier Leute, die operiert worden sind, Leute, die operiert werden. Wir haben hier Schwangerschaften, die ein bisschen gefährdet sind, ja? Wir haben hier die einen oder anderen Kinderwünsche aber auch. Wichtig ist, komm aus dieser Isolation raus, komm aus der Stagnation raus, komm aus der Depression raus. Wir haben hier Abgeschlagenheit für viele von euch, Unsicherheiten, Zerrissenheiten. Guckt mal hier, Liebeskummer, ja? Schaut mal Wassermann, Wassermann, viele von euch, ja? Sagt mir nicht mal eine Legung, ist negativ, sondern das ist das, was ihr projiziert, Leute. Guckt mal, so viele Schwerter, das ist schon echt viel Schmerz, okay? Ihr müsst mit einigen Enttäuschungen klarkommen, andere mit Verlust eines geliebten Menschen, mit Partnerschaftstrennungen, mit was weiß ich auch immer. Wichtig ist einfach nur, dass du wirklich zurück auf deinen Thron kommst, okay? Dass du dich immer für die Liebe entscheidest, erst die Liebe zu dir selber, okay? Dass du deine Gefühle wirklich sortierst, damit du im Einklang sein kannst, ganz wichtig. Also, Thema Arbeit wird für die einen ein bisschen holprig, aber zu guter Letzt, wenn du alles richtig machst, deine Bedürfnisse kennst und stillst, wirst du hier wirklich auch ein positives Ergebnis resultieren können. Nach einigen Blockaden, aber es kann sich hier wirklich gut entwickeln, aber es steht natürlich im Feld mit dir, was du wirklich möchtest, okay? Singles, Leute, wir haben immer in jedem Sternzeichen, in jedem Monat, wir haben Scheidungen, wir haben Trennungen, wir haben hier Versöhnungen mit Ex-Partnern, okay? Das haben wir in jeder Legung, das ist ein absolutes normales Ding, weil hier gibt es 100 verschiedenste Situationen und 1000 Millionen verschiedene Menschen und es gibt immer diese Möglichkeit. Wir haben hier Partnerschaften, die absolut top laufen, ja? Die in der Liebe sind, die im Vertrauen sind, die glücklich mit der Schwangerschaft sind, mit der Familie, mit den Finanzen, das haben wir hier auch. Herzlichen Glückwunsch, Leute, okay? Macht euch keine Sorgen, habt diesen Rhythmus weiter, wenn ihr in einer glücklichen Beziehung seid, es ist alles korrekt, so wie es verläuft. Die Singles unter euch, ihr könnt natürlich immer mit eurem Ex-Partner zurückgehen, klar, es gibt hier natürlich einen Neuanfang, es gibt hier Kommunikation mit einem Ex-Partner, ja, man kann sich hier wirklich verzeihen und man kann hier wirklich die Liebe nochmal aufleben lassen, okay? Als Singles generell, Singles, ich habe euch jetzt hier nicht unbedingt in einer festen, neuen, dauerhaften Beziehung. Ja, es gibt einen neuen Start für eine Partnerschaft, okay? Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass diese Person, die du schon kennengelernt hast oder gerade kennenlernst oder kennenlernen wirst, eine dauerhafte Partnerschaft sein wird. Genieße den Moment, habe tolle Momente, genieße die Aufmerksamkeit, das Flirten, die Gefühle, genieße alles, aber ohne eine Erwartungshaltung zu haben, okay? Singles, habt keine Erwartungshaltung mit diesen Menschen, den ihr neu kennenlernen werdet, weil es bestünde die Möglichkeit, ja, aber ich sehe es hier nicht als eine feste, dauerhafte Beziehung. Deswegen sage ich dir, genieße den Moment, okay? Wir haben hier natürlich die Paare, die im Konflikt sind, ja, wo der eine von euch beiden sehr rational, sehr mental ist, wo man hier auch von Untreue sprechen kann, wo man hier halt auch von Gefangenschaften reden kann, weil man nicht frei sein kann, okay, weil man sich immer wieder die neue Möglichkeit gegeben hat, die Liebe zu festigen, weil man immer wieder Gespräche geführt hat, aber irgendwie läuft es nicht wirklich mehr rund, ja? Und dann haben wir wieder Momente, wo wir glücklich sind, dann hat Wassermann in der Partnerschaft wieder mal die Momente, wo dir alles über den Kopf wächst, ja? Dann hat Wassermann im Monat Dezember wieder mal den Gedanken, ja, ich trenne mich, ich lasse mich scheiden, weil es zu viele Blockaden gibt, dann gibt es doch wieder in der Partnerschaft einen schönen Moment, dann kommt doch wieder der Liebeskummer, dann bringen wir uns doch wieder im Einklang. Leute, ihr seht, ja, Wassermänner, ihr seid im Thema Liebe Dezember echt ein bisschen schwammig. Viele von euch haben hier einfach nicht verziehen, was im Laufe der Partnerschaft gewesen ist, aber ihr müsst euch befreien, ja? Macht eine Reise, wenn ihr könnt, in der Partnerschaft und wenn es nur einen Tag irgendwo im Wald ist und esst euch ein Eis oder ein Snickers oder was weiß ich nicht mit eurem Partner, ja? Kommt hier wieder auf eurem Thron zurück. Leute, es ist wichtig, damit die Partnerschaft Sternzeichen Wassermanngeborener wirklich frei vom Ballast sein kann, von Enttäuschung, von Untreue, vom Fremdgehen, von Vertrauensmissbrauch, ja, von Hinterhalt, von was auch immer, weil sich dritte Personen einmischen, weil ihr euch unsicher seid, egal was euer Schmerz, euer Problem ist, ja? Ihr habt die Möglichkeit, die Liebe zu eurem jetzigen Partner, zu eurem Wunschpartner wiederherzustellen. Es kommen Kommunikationen, wir haben hier einige von euch, die gar keine Kommunikation haben mit einem geliebten Menschen, okay? Ihr habt euch emotional und körperlich schon getrennt oder distanziert und ihr leidet. Leute, bei euch ist es ein Machtkampf der Egos. Lebet und liebet einander, ja? Redet mit der Wahrheit, der innere Ruf ist da. Ihr wisst ganz genau, Wassermann im Monat Dezember, was ihr machen könnt. Seht den Samen der Liebe nochmal neu, okay? Die Liebe ist da, kommt auf euren Thron zurück, in die Leichtigkeit. Es ist wichtig, die Liebe kann immer neu entfacht werden. Ihr müsst es nur wollen. Redet, kommuniziert miteinander, bringt euch in Bewegung. Wir haben hier natürlich auch Fernbeziehungen, ja, die hier ein bisschen Probleme haben, weil es gerade mit der Pandemie nicht gut geht, mit dem Reisen, okay? Leute, ihr habt die Möglichkeit, euch per Videochat, wie auch immer, miteinander zu kommunizieren. Hier gibt es Angst um Untreue. Hier gibt es Angst, weil man sich was vormacht. Oder weil man hat Angst, dass dein Partner dir was vormacht. Leute, Wassermann, eure Legung ist wirklich so holprig schön. Das ist unglaublich. Ihr merkt es am Klang meiner Stimme. Ich rede sehr schnell, ja? Weil hier die Emotionen für Wassermänner kocht, ja? Wassermann ist hin und her gerissen zwischen mentaler, rationaler Seite, Abhängigkeiten und Herzenssachen. Freiheit, Liebe, Geborgenheit, Familie. Bleib ich oder geh ich? Bringt euch ins Gleichgewicht, Wassermänner. Ihr habt im Monat Dezember die Wahl, was ihr macht, okay? Jede Entscheidung, die ihr trefft, macht euch verantwortlich für diese, steht dazu und geht den Weg, der für euch bestimmt ist. Wow. Wassermann, möchtest du mehr wissen, schreib mich an für eine private Legung über WhatsApp, okay? Gerne sage ich dir mehr dazu. Entscheidet richtig, Leute, aus dem Herzen heraus. Denkt fünf Minuten nach über eure Entscheidungen. Brecht nichts übers Knie. Okay, egal, ob du jemand Neues kennenlernst oder jemand Altes kommt zurück, egal, ob es um Finanzen geht, achte auf deine Gesundheit, gönn dir die Ruhe, Gedankenkarussell raus, Verstrickungen raus. Du an erster Stelle, deine Freiheit. Befreie dich von jeglichem Belast im Monat Dezember, okay? Leute, ich wünsche euch wirklich einen wunderschönen Monat. Danke, dass ihr meinen Kanal liked, abonniert, ja, abonniere ihn. Schaut euch alle meine Videos an. Eure Intuition wird euch immer zum richtigen Zeitpunkt, zum eines meiner Videos führen, okay? Denkt dran, schreibt mich an für zielorientierte Therapien, private Legungen. Die Monatslegung Dezember ist eigentlich eine tolle Legung. Du musst sie nur aus einer anderen Perspektive schauen. Geh alles an, was du anzugehen hast, okay? Wow, ich wünsche dir einen wunderschönen Monat, Wassermann, und wir hören uns. Bye.